Ich will das perfekt machen. Das kriege ich perfekt hin. Also, weil eigentlich ist nur der hier komplett schwer. Der Rest geht doch klar. Also den hier finde ich schon schwierig. Doch, das muss ich sagen. Da finde ich, die anderen beiden gehen, aber der ist knifflig. Da muss man... Weil da sind die Minen und du musst darauf achten, dass du gut rüberkommst überall. Und du musst aber auch gut durchkommen, weil du hast wenig Benzin für diese Mission. Und da ist das schon mal viel Geld wert, wenn man das hinbekommt, ja. Und dann macht mein Auto einfach so einen Scheiß. Boah, das ist schwierig, das Level. Aber wir sind natürlich auch auf der Mannschaftsschaftsinsel, ne? Was erwarte ich also auch? Hier erwarte ich natürlich jetzt auch Schwierigkeiten, ne? Nein! Schau, ich schaue es nicht mehr, ne? Ja, das war klar. Boah, das ist knifflig. Also der Parkplatz da ist, äh... Und irgendwie kriege ich manchmal den Wind auch noch nicht hin. Ich habe versucht, direkt da rüber zu springen, aber das klappt nicht, wegen... Ähm... Ja, das klappt nicht, wegen dem... Ähm, Wind. Aber wenn das natürlich geklappt hätte, wäre super. Aber das klappt nicht. Daran haben... Wow, der ist sogar hinterher gekommen. Folgen gleich drei! Voll übertrieben! Einer reicht doch, um mich zu erwischen hier. So, in den meisten Fällen, wenn ich erwischt werde. Wenn man in dieses Trigger-Points reinfährt, dann ist das irgendwie schon witzig, finde. Ja. Warum will ich das nur perfekt machen, ey? Leute, sagt's mir, warum will ich das... Ich bin in den Polizisten reingefahren, nicht der in mich! Ich rutsche einfach drüber. Ich glaube, das war eigentlich nicht perfekt. Aber eigentlich möchte ich schon immer... Ich glaube, ich kann das schaffen. So. Aber nicht, wenn ich in die Mine so komisch reinfahre. Komm, machen wir erstmal den anderen hier. Weil ich hatte so das Gefühl, dass der jetzt eh nichts geworden wäre. Manchmal ist so ein Gefühl, ja... Und ich fall in die Mine rein! Ich bin in! Und das finde ich immer ein bisschen... Also daher finde ich das Spiel jetzt auch ein bisschen... Also... Ja, irgendwie... Ich weiß nicht. Also diesen Flug hier... Wenn du das Auto so auf die Seite gehst, danach... Du kannst halt nichts dafür irgendwie... Also... Und dann mache ich irgendwas offensichtlich falsch. Dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ähm... Aber so würde ich halt jetzt kritisieren. Ja, das Level ist halt eigentlich ganz nett. Das ist halt nur irgendwie nicht ganz fair. Weil... Ich kann ja den Flug hier nicht gut kontrollieren. Äh... Und für perfekt muss ich das halt dreimal überleben. Aber wenn das Spiel halt einfach Nein sagt, muss ich den machen, ne? So, let's go! Komm, Flug! Das schaffe ich jetzt! Direkt der zweite ist direkt mit der von Müll, ey! Ja, die Minen mag ich auch nicht. Boah, aber hier komme ich manchmal echt schon ganz gut rum, finde ich. Ja, ich muss nur irgendwie schaffen... Ja, hier im Optimat wird immer so zu landen. Und jetzt geht das wieder schief, ja? Warum sollte es auch klappen? Und jetzt geht das noch mal. Geschafft! Perfekt! Jawoll! Oh Gott! Ich weiß, warum das Meisterschaftsinseln sind. Oh Gott, was ist das? Was tut mir das Spiel hier nur an? Wo starte ich denn? Ach, ich starte auch noch da. Okay, ich muss also da rumfahren. Dann muss ich da rumfahren. Den pack das mal zuletzt. Ja, nur der da oben wird richtig kacke. Wie viel Benzin habe ich, ist die Frage, ne? Da bin ich sehr, sehr ehrlich. Das entscheidet sehr viel. Wenn ich viel zu wenig Benzin habe... Ja, oder sowas mache. Das Gemeine ist, dass es das Auto da halt abhebt, ne? Da wollte ich zu eng um die Kurve rum. Ja, abgehoben. Mine. Boah, das ist ein Level, das wird dauern, glaube ich. Aber wie viel Benzin habe ich denn? Genau in die Wien reingefahren. Also ich würde es nur einmal so gucken, weil ich gehe mal davon aus, dass das natürlich jetzt nicht reichen wird vom Benzin her. Aber doch, das hätte sogar fast gereicht. Okay, also ich kann mir ruhig ein bisschen... Bisschen Zeit kann ich mir lassen in diesem Level hier. Nicht so wie in dem anderen. Dafür muss man hier natürlich auch... Oh, eher präzise fahren, ne? Ja, ich glaube Tatsache, dass hier wieder die... der erste, der schwierigste ist. Hier am Ende irgendwie hinkommen, ist, glaube ich, relativ gut machbar. Wenn man ein bisschen ruhig ist, klappt auch das, glaube ich. Ja, gut, okay, das war nicht daneben. Ja, der erste ist der schwerste. Also, weil man da auch wieder landen muss und... ...dass halt irgendwie alles passen muss. Da ist das hier alles nicht so wichtig. Das war nicht gut. Aber irgendwie muss es doch klappen. Also... Es ist komisch, das Level. So... Ich finde die Level... komisch. Weil die haben immer so... Ich sag mal, zwei relativ leichte Parklücken. Deshalb mach ich die jetzt auch perfekt direkt. Weil zwei davon sind immer easy irgendwie. Die erste und die zweite sind ja... ...easy zu treffen. Das wird ja nicht das Problem sein. So merkt ihr ja. Also die ersten beiden, da wär ich jetzt fast immer. Aber die... Die eine... Die hauen sie immer schwer, ey. Vor allem, irgendwie hab ich noch nicht gut... Ich fand, ich mag diese Dinger schon nicht. Wie hoch fahr ich? Oh, ich hab eingeparkt. Das war ein... Ja gut, okay. Da müssen wir halt gucken, ne? So, am Rand langfahren ist okay. Das ist auch okay. Hä? Also... Ich meine... Der Sprung... Den verstehe ich noch, aber... Wenn ich jetzt an das Ende denke... Da sind ja keine Reifen. Wie soll ich das denn machen? Also da bouncet mich ja nichts zurück. Da muss ich ja irgendwie... Genau, da muss ich cheaten, glaub ich. Aber da bouncet mich am Ende was zurück. Ich muss ja von dem Wind da landen. Das heißt, ich muss mich im Flug auch nur umdrehen. Ja, Neustart natürlich. Aber das Level hab ich halt geschafft, sobald ich den... Oh. Hehe. Sollte meine Klappe nicht so groß aufmachen. Weil ich wollte grad zeigen, das Level hab ich geschafft, sobald ich den ersten Parkplatz geschafft habe. In dem Moment mach ich den Leck, fängt es an zu lecken und ich weiß gar nicht warum. Kann man bitte aufspielen. Du kannst auch einfach weitermachen. Das klappt nicht. Das war auch nicht gut. Oh, jetzt werde ich auch unkonzentriert. Ich merke das gerade selber. Das ist jetzt hier wieder so... Schwammig, was ich mache leider. Da muss man echt einfach gerade drauf fahren. Das muss ich mir auch angewöhnen. Und hier muss ich jetzt die Geduld bewahren. Hier einfach schön geduldig sein. Alles ist super. Das klappt schon alles. Und jetzt hier schön gerade drauf fahren. Was ich nicht gemacht habe. Aber gerade gegen die Wand fahren kann ich. So, jetzt noch die ersten schaffen. Oh, ich mache hier Fehler. Die mache ich sonst nie in diesem Level. Aber ich hab's geschafft. Das ist die Hauptsache. Nicht elegant, aber selten. Ja, von dem Level sieht man hier ja echt viel. Es sind auch drei Parkplätze. Okay, wir starten immerhin immer da. Das heißt, ich kann immer einfach Gas geben. Tendenziell. Ist da unten ein Portal? Oder wie komme ich denn da unten hin? Ich muss hier rüberspringen wahrscheinlich, ne? Probieren wir's aus. Okay, ich komme dann da wieder raus. Und dann muss ich um die Ecke. Wie komme ich zu dem hier vorne? Okay. So, jetzt muss ich noch mal untersuchen. Wie komme ich denn da runter? Ich muss halt irgendwie drehen wahrscheinlich, ne? Okay. Das Level war jetzt ganz cool. Das war schön. Wir haben auch nur 35 Sekunden gebraucht. Guck mal, wir sind 433 da. So, mit. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's.